Wir haben bis zum Schluss gehofft, dass wir noch fünf Zentimeter Schnee auf 2000 Meter haben werden. Es hat sich heute anders bewahrheitet. Wir haben überlegt, ob wir absagen sollen aufgrund des Wetters, was ich gedreht habe und haben dann eine Alternativroute gefunden und haben dann bei der Alternativroute auch ein Rennen draus gemacht über die nächsten drei Kilometer. Das heißt, die Leute haben ein bisschen was gesehen von den National Mountain Sky-Trails. Und das hat sich jetzt wieder gibt. Es ist ein Schade, dass wir die vollen Skyrace und die Ultra-Course nicht sehen können, wegen der Kancelation. Aber ich denke, die Organisierten haben einen guten Job gemacht. Wir haben heute ein sehr guter Event gemacht. Und ich denke, es scheint, dass die Leute viel Spaß haben. Und ich denke, es ist ein Schaden, egal.